Dawn of DC soll der Startschuss für eine neue glänzende Ära bei DC sein. Doch was macht DC? Hauen viele neue Titel raus und verschieben gleichzeitig auch wieder. Das Neueste erfahrt ihr jetzt. Moin Leute, willkommen bei Comic-In und ich bin heute euer Comic-In-Vormant. Das soll wahrscheinlich keine neue Rubrik werden, aber ich denke, diese neuen Infos hier zu Dawn of DC, die muss ich mit euch teilen, weil es mich auch so ein bisschen nervt. In den Starten ist jetzt Lazarus Planet gestartet in Heftform. Ich habe die ersten Hefte auch hier liegen, vier Stück. Die werden wir uns schön im donnerstäglichen Stream dann angucken. Gestartet natürlich mit nicht Lazarus Planet Assault on Krypton, auch nicht mit Monkey Prince 10, was eins der wenigen Tie-Ins ist, sondern mit Lazarus Planet Alpha und dann auch noch mit We Once Were Gods. Da gucken wir natürlich im Detail rein, aber unter Dawn of DC soll dir alles besser werden, alles neu. Alte Reihen kommen wieder, die wir lange nicht hatten, die sich viele Leser auch gewünscht haben. Ihr seht schon in dem Bild hinter mir, das war die ursprüngliche Aufstellung. Alles wird losgekriegt mit Lazarus Planet. Dann werden die großen Superman-Reihen angeteast. Das wird auch alles ins Rollen gebracht, gerade durch Action Comics, ein neues Superman-Volume startet. Dazu haben wir noch die neuen Abenteuer von John Kent, die auch starten, und noch eine neue Maxi-Serie. Hier unglaublich viel Superman. Wir haben uns sehr gefreut über die Unstoppable Doom Patrol, die auch angekündigt wurde. Und dann stand er nun vor mir. Der Monat, der neue DC-Connect, den wir nächste Woche zusammen anschauen werden, mit dem guten Nerdix. Grüße gehen raus nach Österreich. Es sollte kommen. Green Lantern. Und nicht nur eine Reihe, sondern zwei. Und dazu auch noch Green Arrow. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und da geht's schon los. Ich hab schon mal einen Blick in den DC-Connect geworfen, der auf uns wartet, und keine Spur von Green Lantern, wo auch immer die Reihen hin sind. Und das ist schon mal ein Downer. Das tut schon mal richtig weh. Und diese Verschiebung führen auch dazu, dass wir eine neue Übersicht an Dawn of DC bekommen, die wir uns auch gleich anschauen werden. Wir sehen hier also, was hätte als nächste Ankündigung auf uns gewartet. Zwei Green Lantern rein, auch wenn hier nur ein Symbol ist, aber es ist tatsächlich so, es wird kommen. Eine Green Arrow-Reihe, von der ich auch noch gar nicht so überzeugt bin, was ich da gesehen hab. Batman, Shazam und Hawkman. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, oder? Ohne weitere Erklärung seitens DC kam dann dieser Post hier auf Instagram, den ich aufgeschnappt habe. Und es kam mir so vor, als hätte sich da was getan in der Übersicht, oder? Warum sehen denn die ersten drei Monate, die jetzt schon angekündigt waren, so leer aus? Weil Green Lantern tatsächlich nach hinten gerutscht ist. Und ich befürchte, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich meine, auf uns warten jetzt dann im nächsten DC Connect, der Ende Februar rauskommen wird, fünf neue Reihen, beziehungsweise sechs, wenn es wirklich zwei Green Lantern Titel sind. Und auf die werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Da haben wir immer noch Batman, Shazam und die beiden nach hinten geschobenen Green Lantern rein. Und als Goodies werden uns dann noch Cyborg und die Teen Titans präsentiert. Ich meine, grundsätzlich freue ich mich darauf natürlich. Und ich werde auch auf jeden Fall einen Blick in die neuen Heftserien wagen, wenn sie denn pünktlich erscheint. Das ist für mich so ein bisschen das Thema. Also, wir haben eine angepasste Dawn of DC-Übersicht. Einige Titel werden sich auf jeden Fall nach hinten verlagern. Das wird unausweichlich sein, auch wenn ich das aus meiner Perspektive so sehe, dass es echt nicht schön ist. Wenn man schon so protzt, dann sollte das auch alles pünktlich erscheinen und auch in der gewohnten Qualität erscheinen. Eine weitere neue Übersicht findet ihr in den derzeit frisch erscheinenden DC-US-Heften. Das ist sie. Dawn of DC Forging the Future One Hero at a Time. One Hero at a Time, wenn man da vielleicht schon so ein bisschen darauf hinweist, dass das Zeit braucht. Und das ist ja auch nicht umsonst auf die einzelnen Monate hier aufgeteilt. Und das war es ja auch schon in den Übersichten vorher, beziehungsweise der angepassten neuen Übersicht. Aber achtet mal drauf, fehlt euch da nicht irgendwas? Meiner Meinung nach müsste man diese Liste hier eins zu eins abstimmen auf diese schwarze große Timeline, die wir bisher hatten. Und wo ist hier Green Lantern? Hat der dann doch nichts mit Dawn of DC zu tun? Oder warum fällt er hier raus? Ich weiß nicht, er warte hier zwei Reihen. Ich habe es öfter angesprochen, ja. Aber dafür haben wir sowas wie Harley Quinn 28 hier drin. Bei Harley läuft gerade ein super interessantes Event aus dem Multiverse gegriffen mit einer Harley, die lacht und so weiter und so fort. Super cool. Das ist wahrscheinlich das absolute Highlight bisher an der derzeit laufenden Harley-Reihe. Aber gehört die jetzt unbedingt hier rein? Mag natürlich ein Startschuss für eine neue Story, einen neuen Arc sein. Dann ja, okay. Man muss nicht immer zwangsläufig eine neue Reihe aufmachen. Das habe ich auch angesprochen bei den Adventures of Superman John Kent. Dass ich da gerne gehabt hätte, dass man die alte Reihe weiterlaufen lässt. Hier ist es dann eine neue Nummer 1. Warum nicht Harley Quinn mit einer neuen Nummer 1? Das sind so Dinge, die frage ich mich einfach. Und warum rutscht Green Lantern da raus? Dafür bekommen wir aber neue Reihen hier schon angekündigt, die auch noch nicht in der anderen Übersicht zu sehen sind. Hätte man diese andere Übersicht nicht direkt aktualisieren können und vielleicht noch einen Monat dann freischaufeln können? Hier sehen wir nämlich schon, klar, Mai, Cyborg und Shazam sind hier schon. Nee, Shazam war schon immer. Sorry. Cyborg ist neu drauf, aber wo sind denn die Teen Titans, die uns in der anderen Übersicht angekündigt wurden? Und im Juni sind wir dann auch schon bei einer Penguin-Serie, was ich sehr interessant finde, was mich freut. Das feiere ich, freue ich mich drauf. Und noch Steelworks. In welche Richtung auch immer uns das verschlagen wird. Hat das vielleicht was mit Steel zu tun? Das wäre ja Wahnsinn. Oder mit Metallo hängt das mit den anderen Superman-Reihen zusammen? Metallo gegen Steel? Ich meine, da kann man viel Mut maßen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen quatschig von mir. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen wird. Vielleicht ist Robotman auch dabei. Man kann da so viel Mut maßen, aber da müssen wir dann natürlich die genauen Ankündigungen im DC Connect wahrscheinlich in zwei, drei Monaten abwarten. Ja, also ich finde es nicht cool, dass man diese Übersichten halt so unstrukturiert rausballert, überall mal ein paar Titel fallen lässt. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir ein, zwei Titel, die hier aufgeführt sind, irgendwo gar nicht sehen. Weil dann gesagt wird, ja okay, aber er stand ja nicht auf der anderen Liste. War doch klar, dass der nicht kommt oder war gar nicht vorgesehen. Kündigt doch nur etwas an, wenn ihr euch schon sicher seid, wann es kommt, wie es kommt, wo es kommt. Und ballert nicht dauernd diese Übersichten raus. Also ganz ehrlich, da verliert man als Comicsammler, als Leser und insbesondere als Vorbesteller sowas von die Übersicht. Und das ist halt total nervig. Ja, immerhin hier auch Superboy, The Man of Tomorrow, den bekommen wir auch im DC Connect. Diesen Monat, wo war der denn zum Beispiel in der anderen Liste? Also keine Ahnung, das hätte man so viel cleverer auch vermarkten können. Ich finde es ja cool, dass sie sowas machen, aber dann mach es halt einheitlich mit einem guten Konzept dahinter. Ich dachte, das hätte man gehabt mit der anderen Übersicht, scheinbar aber nicht. Und das nervt mich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Wie steht ihr zu den neuen Dawn of the Sea Ankündigungen und insbesondere auch zu den Verschiebungen, die jetzt schon vor dem Start der meisten Reihen einfach schon eintreten? Das ist nervig, oder? Das war euer Comic-Informant. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!